Herzlich willkommen bei Schwarzmeier Landtechnik. Heute stellen wir euch die Marke Pongratz mit einem vielseitigen Anhängerangebot vor. Vom einfachen PKW-Anhänger bis zu Fahrzeugtransporter und Spezialanhänger ist alles dabei. Angefangen bei den Tiefladern, bei denen sich die Reifen neben dem Ladekasten befinden und die sich ideal für den Transport eignen. Je nach Einsatzzweck gibt es diese aus Stahl oder Aluminium als Einachs- oder Tandemvariante mit Innenlängen von 2 bis 3 Metern und einer Innenbreite bis zu 1,50 Meter. Weiter geht's mit den Hochladern, wo sich die Reifen unter dem Ladekasten befinden und so auch sperrige Güter problemlos transportiert werden können. Durch Klapp- und abnehmbare Bordwände ist ein einfaches Be- und Entladen von drei Seiten möglich. Hier wird unterschieden zwischen der LH-Serie und der PHL-Serie. Die PHL-Serie ist die fortgeschrittene Variante der Hochlader. Hier haben die Bordwände aus Alu eine Höhe von 360 Millimeter. Erhältlich sind die Hochlader bis zu einer Länge von 8 Metern und einer Breite von 2,4 Metern. Mit dem integrierten Schienenschacht lassen sich die PHL-Modelle auch als Fahrzeugtransporter verwenden, wodurch wir auch schon bei den nächsten Modellen wären, den Transportanhängern. Je nach Fahrzeug, das transportiert werden soll, können diese Modelle individuell eingesetzt werden. Hier haben wir das Tandem-Modell LAT400TK, das durch das Kipp-Plateau mit einer Nutzlast von bis zu 2,4 Tonnen beladen werden kann, eine Innenlänge von 4 Metern und eine Breite von 2 Metern hat. Der Anhänger verfügt über eigene Bremsen, entlastet damit das Zugfahrzeug und sorgt insbesondere bei schwerem Ladegut für erhöhte Sicherheit. Als letztes haben wir noch den Spezialanhänger PWA 750U, der zu Werbezwecken oder sonstigen Transporten verwendet werden kann. Der ungebremste Einachsanhänger hat einen stabilen Spannrahmen, in dem Plakatplanen oder Wände eingespannt werden können. Wenn es ihr an einem Anhänger interessiert seid, dann ruft es uns an oder schreibt es uns ein Mail und wir können euch ein Angebot machen. Wir werden uns freuen. Fiat euch!